Okay, herzlich willkommen zurück. Heute geht es um das Filesystem. Das heißt, was völlig anderes wie bisher. Aber ja, es ist super, super geil, was die mit dem Filesystem gemacht haben und zwar seit C++17. Da sind sehr, sehr viele neue Features hinzugekommen und ja, wir wollen das heute mal ganz kurz klären. Zunächst einmal, wir brauchen natürlich Hashtag Include Filesystem, ansonsten wird da nichts funktionieren. Und ja, damit können wir jetzt schon sehr, sehr viel machen. So, das ist also auch Teil der Standard Library und wie gesagt, wurde eigentlich komplett modernisiert, dass es eigentlich auch sehr, sehr angenehm ist. Tatsächlich findet sich aber sogar immer noch manches oder einiges davon sogar unter Experimental, also je nachdem, welche Version ihr nutzt. Experimental Filesystem ist das, wo ihr die ganzen Features findet. So, und ja, wenn wir uns das jetzt mal angucken, wollen wir natürlich zuerst mal einen Pfad aufmachen. So, was ist ein Pfad? Ein Pfad ist natürlich das, wie wir im Endeffekt unsere Ordnerstrukturen definieren. Und ja, dazu benutzen wir jetzt hier erstmal Using Namespace, natürlich noch STD, das habe ich aus Versehen rausgemacht. Und Using, beziehungsweise wir sagen hier nicht Using Namespace, sondern wir sagen Namespace FS, das ist quasi jetzt für Filesystem, eine Abkürzung sozusagen dann später. Ähm, und dann hier eben, wobei STD haben wir, Experimental Doppelpunkt, Doppelpunkt, Filesystem, damit wir das nicht jedes Mal neu schreiben müssen. Und dann sagen wir hier vielleicht noch Using, also ihr könnt das machen, wie ihr wollt, ihr könnt Using FS machen, ihr könnt einfach alles immer hinschreiben, ähm, äh, natürlich Using Namespace FS. Ihr könnt schreiben, wie ihr das wollt, ihr müsst halt immer vorne dran quasi das ganze Ding machen. Also wenn ihr es wirklich von Hand komplett schreiben wollt, müsstet ihr schreiben folgendes, und zwar, äh, STD, Doppelpunkt, Doppelpunkt, ähm, Experimental, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Filesystem, Doppelpunkt, Doppelpunkt, und dann könnt ihr mit Pfad anfangen. So, ähm, da wir jetzt hier, wie gesagt, erstmal Using Namespace STD haben, das heißt, wir müssen STD nicht vorne dran schreiben, und Using Namespace FS, wobei FS definiert wurde als Filesystem, äh, Experimental Filesystem, müssen wir eigentlich gar nichts schreiben. Wenn wir zum Beispiel diese Using hier nicht machen würden, damit es nicht zu unübersichtlich ist, könnten wir hier immer noch sowas machen wie FS, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Pfad, oder Path, und, äh, ja, dann haben wir eigentlich schon soweit alles, was wir brauchen. So, wir definieren uns hier jetzt eine Variable, also das ist quasi ein Typ, ja, das ist quasi der Pfadtyp, das ist eine eigene Klasse und alles, ähm, und wir machen jetzt hier einfach mal unseren Pfad, ja, vielleicht nicht P, doch, wir nennen ihn P, und, ähm, wir stellen den auf als, so, unter Linux ist es jetzt folgendermaßen, wir haben ETC, ähm, whatever, ja, oder zum Beispiel Home, Morpheus, ähm, was habe ich denn da alles, am Desktop, müsste ich da haben, und dann habe ich da, so, Dogs vs. Cats slash Train, dort habe ich tatsächlich mal, äh, ein, ich glaube, ich habe das sogar tatsächlich mit euch gemacht, und zwar eine KI, die quasi Hunde und Katzen voneinander unterscheidet. So, natürlich nicht in C++ geschrieben, sondern Python, aber trotzdem, das war cool, hat Spaß gemacht, und deswegen nehmen wir den Ordner jetzt hier einfach, der liegt immer noch auf meinem Desktop rum, warum auch immer. So, was wir jetzt hier machen können, ist super, weil wir hier einfach C outen können, und zwar einen ganzen, ganzen Haufen Funktionen, also einen ganzen, ganzen Haufen Informationen, FS eigentlich, ähm, und zwar können wir erstmal hier den, also wir können erstmal ausgeben, ob das Ding quasi überhaupt existiert. So, da packen wir quasi P als Variable rein, existiert das Ding überhaupt, und das ist erstmal die wichtigste Funktion, um überhaupt mal rauszukriegen, ob das überhaupt möglich ist, damit irgendwas zu machen. So, bei mir funktioniert das jetzt nicht, und bei euch wird das höchstwahrscheinlich auch nicht mehr funktionieren, weil bei uns eben das hier nicht mehr unter Experimental steht, sondern mittlerweile im normalen Filesystem drin ist. Das heißt, je nachdem, welche Version von C++ ihr habt, bitte einmal ausprobieren, welches davon ihr braucht. C++20 hat eben, wie gesagt, hier das normale Filesystem, C++17 hat das andere, also das Experimental Filesystem. Okay, wenn ich das jetzt hier starte, dann sehen wir hier, okay, es existiert offensichtlich, das heißt, wir haben hier, ja, wir haben offensichtlich einen Pfad. Was man hier machen kann, ist, man kann wunderbar sagen, if, ups, if fs exists, hei hei, was ist denn los heute? Dann machen wir irgendwas anderes, und zwar sagen wir hier zum Beispiel cout, und ja, was können wir jetzt hier noch machen? Naja, wir können zum Beispiel unseren Root-Namen rausgeben, oder unseren Root-Path rausgeben. Im Endeffekt, alles, was ich hier über p. findet, kann man ausgeben, also Root-Path, Relative-Path, Parent-Path, Has-Root-Path, Has-Parent-Path und so weiter und so fort. All diese Dinge kann ich hier ausgeben. Und ja, Root-Path würde in meinem Fall jetzt, weiß ich gar nicht genau, Root-Path, so. So, unter Windows, kommen wir gleich dazu, wie das Ganze unter Windows aussieht, ähm, machen wir jetzt erstmal kurz das hier, ja, okay, ist Slash, okay. War fast eigentlich zu erwarten. So, ähm, unter Windows kann man Pfade anders angeben, oder muss man Pfade anders angeben? Ihr wisst vielleicht, die Windows-Pfade, die sehen folgendermaßen aus, c.backslash, ähm, user-slash-morpheus-slash-und so weiter und so fort. Ja, das sind andere Pfade, ähm, und zwar, das Problem hierbei ist folgendes, wir haben hier Slashes drin, das heißt, ich muss hier den Slash noch irgendwie maskieren, also mache ich einen doppelten Slash, also Slash, Slash sozusagen, damit ich einen abgeschlossenen String habe. So, das ist jetzt quasi, ähm, ein gültiger Pfad, den ich hier oben eintragen könnte im Konstruktor. Genau, aber eben, wir sind ja meistens auf Linux, deswegen haben wir das. Root-Path, okay, das ist einfach Slash, das ist ein bisschen lame, muss ich sagen. Ähm, ja, unter, unter Windows wäre es die Festplatte, also c.backslash, genau. Und, äh, ja, im Endeffekt können wir das alles so ausgeben sozusagen, aber wir können noch sehr, sehr viel mehr machen. Wir können nämlich vor allem auch durch den Pfad durchiterieren, sprich, wir können jeden Ordner separat öffnen, der hier dazugehört und das ist schon sehr, sehr viel wert. Okay, also wir probieren das jetzt mal aus. Wir benutzen dazu übrigens auch mal eine von diesen modernen, neuen For-Each-Schleifen, ja. For-Each-Schleifen macht man aber trotzdem mit einem vor. Dann sagen wir Konst Auto, ähm, wir wollen über Referenzen arbeiten. Und wir sagen hier jetzt, äh, Path. Und, genau. Sagen hier, das Ganze steckt in unserem P drin. Das heißt, wir iterieren quasi durch unseren Pfad P durch, also durch dieses ganze Objekt und öffnen alles einmal. So, und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, wie dieses, äh, Ding aussieht. Und zwar mit, ups, mit einem Haie-Part. Ähm, natürlich mit, es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe heute echt ein Tipp-Problem. Endline. So. Äh, nicht Part, sondern Path. Das war, weil ich gesprochen habe, ähm, wir wollen uns den Part von dem Path angucken, also den Teil von dem Path angucken, da, wo wir durch iterieren quasi. So, wir sehen hier natürlich, wir fangen mit Slash an, das ist quasi unser Root. Dann gehen wir in den Ordner Home rein. Also in Slash liegen ja unter Linux auch noch andere Verzeichnisse. ETC zum Beispiel liegt auch unter Slash. Dann Home, da liegen natürlich nochmal andere Verzeichnisse, etc. und Dateien. Unter Morpheus, dann Desktop, Docs vs. Cat ist ein Ordner, Train ist ein Ordner. Und dann sind wir quasi im letzten Ordner drin und dort können wir dann irgendwas mit den Dateien machen. Das Tolle hierbei ist jetzt wiederum, wir können auch zum Beispiel was an dem Pfad dranhängen. Ich zeige das mal ganz kurz. Und zwar, wir haben zwei Optionen dazu. Wir können einmal den Pfad verlängern quasi mit, ähm, dem Plusgleich-Operator. Das sieht dann folgendermaßen aus. Wir hängen jetzt einfach den Ordner Train manuell hinten dran sozusagen. Ähm, und das sieht dann folgendermaßen aus. Ähm, so, wir haben hier Process Finished und dieser Pfad existiert offensichtlich nicht. Ja, was haben wir denn jetzt gerade gemacht? Lass uns mal den ganzen Pfad vielleicht ausgeben. Und das wird jetzt ein bisschen interessant werden, denn es sieht folgendermaßen aus. Wir sehen hier Docs vs. Cats Train. Das ist nicht das, was wir wollten. Wir wollten eigentlich Slash Train hinten dranhängen. Das heißt, Plusgleich ist wie String-Konkatenation, okay? Also quasi wirklich ein neuer String, der einfach hinten dran gehängt wird, als wäre der Pfad ein String. Und das können wir hier einfach mit dem Pfad machen, als wäre der Pfad ein String, aber wir haben trotzdem die ganzen Pfadmethoden. Was ich allerdings eher empfehlen würde, wäre dieses Slash-Gleich. Das ist eigentlich geteilt durchgleich. Ähm, funktioniert aber trotzdem wunderbar, denn dann können wir folgendes noch machen. Und zwar, dann sehen wir hier, da wird uns direkt das Train als Ordner sozusagen hinten dran gehängt. Ähm, und ja, ich habe hier Endline vergessen, deswegen hängt das hier in derselben Teil rum, aber eigentlich ist es der Root-Ordner vom letzten, äh, vom nächsten. Und ja, ähm, so kann man quasi neue Ordner einfach hinten dranhängen und kann damit dann Dinge machen. Also wenn man später noch irgendwie in den Ordner rein möchte, ist das überhaupt kein Problem. Das kann man einfach so machen. So, das soll es heute gewesen sein. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.